Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Soller, ich bin Analyst bei Börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Donnerstag, den 22. Juli. Gut, wir beginnen zunächst mit dem normalen Tagesschart im DAX. Wir sind hier aus dem steigenden Trendkanal nach unten ausgebrochen. Nach dem Verlaufs- und Allzeithoch bei 15.810 Punkten ging es dann direkt abwärts. Zunächst haben wir dann den 10er EMA nach unten durchbrochen und dann auch den 50er EMA per Gapdown nach unten und sind dann letztendlich weiter gefallen Richtung 15.048 im Tagestief und Verlaufstief und konnten dann in dem Bereich wieder nach oben ansteigen und führen aktuell eine Aufwärtskorrektur durch, die möglicherweise noch das offene Gap hier im Bereich von 15.480 Punkten anlaufen könnte, dieses Gap dann schließen könnte und dann eventuell hier etwas über dem 10er EMA und 50er EMA im Bereich von 15.480, 15.500 Punkten dann einen Verlaufshoch bilden könnte und in der Folge dann wieder nach unten abdrehen sollte und dem kurzfristigen Abwärtstrend dann weiter folgen sollte. Also aktuell muss eben hier mit einem Verlaufshoch über dem 50er und 10er EMA gerechnet werden. Möglicherweise in einer Ausdehnung der Aufwärtskorrektur testen wir auch nochmal hier die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals an, aber mittelfristig sollte es dann weiter abwärts gehen und dann auch das Verlaufstief bei 15.048 Punkten dann nach unten unterschritten werden. Gut, wir machen dann weiter mit den Markierungslinien vom Vortag, da hatten wir den Short-Bereich ganz knapp verfehlt. Mit dem Tageshoch bei 15.443 Punkten lagen wir leicht unter der roten gestrickelten Markierungslinie bei 15.450 Punkten. Aktuell befinden wir uns vorwürstlich aber am frühen Donnerstagmorgen im Bereich von 15.460 Punkten höher. Insofern dürften wir hier den Bereich um den 50er EMA bei 15.467 Punkten vom Vortag dann angreifen und wie gesagt dann höchstwahrscheinlich auch etwas darüber ansteigen und dann das offene Gap hier noch schließen und in der Folge dann wieder nach unten abdrehen. Gut, für den heutigen Donnerstag haben wir dann den Short-Bereich zwischen 15.470 und 15.520 Punkten hier am Mieterstand. Der Long-Bereich bleibt unverändert an der Unterstützung zwischen 14.900 und 14.950 Punkten. Zudem sind wir weiterhin im Short-Modus, der Kreis ist weiterhin rot. Insofern gehen wir eher von weiter fallenden Kursen aus. Gut, und damit wären wir dann mit dem Ian G. Markets Morning Call für den heutigen Donnerstag schon wieder durch und ich melde mich dann wieder am morgigen Freitag mit dem Ian G. Markets Morning Call. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg im heutigen Trading und bis morgen. Vielen Dank.